Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 am Samstagmorgen zusammen mit dem Philipp und den Sebi einen wunderschönen... Moin 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 Ja, ich bin in der Zwischenstattung ein bisschen weiter gedroschen, davor noch mal ein bisschen das vorgewehende Verkundnis hat und einmal abgetankt. Team, was macht ihr denn so? Mischration machen Dreschen Ob jetzt zwei sind am Drescher, einer kümmert sich um die Kühe, das passt doch Maa Ähm, ich habs jetzt hier gleich mit Feld 6, soll ich dann zu dir rüberfahren und dir helfen, oder? Ja... Ja, schwer Ok, gut Ich muss ja eigentlich nur zwischen die Buschen durch und dann bin ich schon drüben Tudu Ich weichere dann auch gleich den GPS-Kurs ab 누ui, was ich gemacht habe Dos.... Näh... Näh... Zwei…. 2018 das ist relativ gut aber es wird gut kohle geben aber wir haben jetzt schon knapp 100.000 liter im lager das heißt wir haben bei einem tausender breit war ich nicht hin wo ist es denn ich sehe nur einen anhänger bin ich feld fiel mal 40 kann man machen muss man auch nicht ich muss sagen raps ist tatsächlich auch eine gute variante gut geld zu verdienen es geht es geht auf jeden fall bessere ertrag und da sie mit sojabohnen und es gibt auch ein tausender preis also wenn wir viel weizen haben wir den neuen euro genügend könnte man dann ansehen und da war wieder ein bisschen der meister und demnächst dann machen wir ein bisschen die lage wieder am hof dann haben oder beziehungsweise an der bga noch mal drinnen und das war nicht jetzt weiter stein da noch mit mein neuer ist immer so schräg vor mir ist der florian ja ach ich würde mich nicht hören ich werde dann einfach geradeaus weiter durchstechen wenn ich denn da durchkomme aber nimm da bitte kurz den Einen Kurs geh ich hab den Speicherdreschel für 7 müsste das sein ja ich muss erstmal gucken ob ich irgendwie durchkomme ich fange es erstmal vor wenn die E-Fahrer nicht so ist zack warte ich kann vorher noch mal ab wer glaube ich schlauer weil jetzt stehen wir hier mitten im Nirgendwo und sind voll wer hätte es eigentlich mehr Kontakt? ich oder du? ich glaube ich weil ich hab 16 oder 18.000 Lieder und du ne ich hab 18 und du 16 soweit ich weiß eigentlich mal von den Hänger her ich glaub ich hab ein bisschen mehr du mehr Platz weil ich hab äh 27.000 und du 59 ja ok ihr seid noch relativ gleich ja schauber ja wir haben eigentlich fast viel zu viele Hänger wir müssten mal aussortieren ja also ich würde tatsächlich ja was haben wir denn alles für Hänger also die zwei Tandem würde ich tatsächlich noch lassen oder sollen wir die weg machen? ey die Tandem die Drehschimmel die zwei Reisch die kleinen dafür diesen ein Lister TH 18 kaufen ich würde die weg tun die zwei Reisch die kleinen ich würde die weg tun die zwei Reisch die kleinen dafür diesen ein Lister TH 18 kaufen den Tridem ähm mit 30.000 Ding ach den ach den ähm ja können wir machen aber wir haben auch die Krone Jenslam drauf oder weil das ist dann sogar ein bisschen mehr oder wir wollen uns den Tee äh den Dämmler holen Tandem der hat 35.000 Meter Platz es ist aber dann hat wieder ein Tandem äh ja das ist Tandem es hat dann wieder kein verwendiger Traktor äh Hänger äh ähm ja stimmt auch wieder naja und beim Hof überhaupt immer ein bisschen durchfahren durch engere Sachen durchfahren müssen weil dann können wir nämlich vom Hof innen drinnen nicht mehr so gut rauf holen mhm ja stimmt Sebi wenn wir das Geld drin haben darfst du dir dann auch ein LKW kaufen hallo ja ja wie genau wir haben ein bisschen weit weg ja du kannst entweder so ein Tridem MLKW wie wir haben oder so ein Standard ist dann eigentlich komplett gleich eigentlich oder ob man dann den mit aufbauen nehmen will oder zwischendurch mit dem mit aufbauen und dann eine doll hinten ran das sehen wir ja dann momentan haben wir noch zu wenig Kohle dafür momentan du kannst doch den Tadra haben aber ich glaub nicht dass du als MN-Fan Tadra gerne nimmst das einzig was mich bisschen störte ist an dem MN an den Tridem da keine Motoren leuchten ja alles hat oh ja wer weiß wie der kommt nochmal aus der wer kommt nochmal ins Spiel der wo cool wär das auch vom Matap das vom Matap das ist einer der neuen kann man es dann mal aufgucken ja ich hab leichte Probleme hier ich hab's überlebt als ob das soweit ok wo wir den Schausstall hin platziert haben da ist ein bisschen die Erhöhung vom Boden auch ein bisschen ins Feld mit reingegangen echt muss ich da mal noch ein bisschen angleichen ja das war keine Absicht hab ich auch klarisch gemerkt dass ich da minimal mit der linken mit der linken Ketten in der Luft schwebe wenn ich da dritte ich weiß ja was da vorne werde ich noch einmal dann quer fahren wo haben wir Lack 26 Meter hoppla das müsste eigentlich reichen oder geht vielleicht ein bisschen kurz lecken ja ganz kurz, ganz feine Brückele habe ich mitgekriegt weil ich habe gerade die Umgebung neu laden lassen für eure Silke so, einmal drehen Ost ist er denn bei mir? ne jetzt schauen wir mal, wenn er reift das heißt 5, 5, 6, 6 Äh, ich blieb noch nicht. Das ist schon ein bisschen gedauert. Ist der hier? Ja, ne? Mann, das ist schon. Es gibt bloß ein Strasch. Kurs, momentan. Ja, ich hab' mir geguckt, wenn man angenommen hat, muss aber... Ja, hat er. Hattet ihr einen leeren Anhänger bei euch stehen? Nee. Ja, dass man nachfüllen... Sie müssen mal ein Anhänger hinfahren werden. Nee, nee, da stehen schon zwei die Passen. Die sind noch nicht voll, alles gut. Ja, aber... kurz gucken was immer denn da ist es über den raps normalerweise 36 Kuhn Kuhn 4 ein Schwerer bei der Schraubbosor ist aber auch die Schraubbosor er Ja, die haben Sauberkeit 0% Oh ja, warte, kann ich gleich machen Ja, ist kein normaler Runde fahren Cebi? Ja? Kann das vielleicht sein, dass du zufällig die Silage aus dem Silo genommen hast Weil ich die Beine nicht gefunden habe Die sind hinten also ähm Warte Am Seedmaker vorbei und dann geradeaus wie wenn man jetzt bei unseren Traktoren aus dem Hof raus fährt Ah, da sind sie Dahinten stehen die in dem Eck Gut, dann schnapp ich mir sie bei der nächsten Ladung Ja, ist jetzt nicht schlimm, aber Wege der Performance wäre es halt toll Wenn wir erst die anderen Ballen aufbrauchen Wirklich pissen in das Zelt reinkommen Hm? Die Kühe sind einfach bei denen Oh Achso Gut, dann haben sie kurz eine Absträge zu den Schafen gemacht, oder? Ja, eine steht so halb im Wasser Egal Ja, eine Abkühlung braucht wahrscheinlich Ja, eine Abkühlung braucht wahrscheinlich Krass Krass Ja, das ist doch Ich bin doch nur Zelt Man, wie gibt eigentlich gerade momentan Wolle? Muss ich mal nachgucken hier, oder? Wolle Ja, 603 Aufzug Was ist das denn? das fisch an jedes nach schützen wo alle außer vorbeigedonnert also gab es einen scharfen Sabot gemacht oh gut oh gott das hat sich auch nicht perfekt angehört schon mal fängt geschrottet aber dein freund leider verstand jetzt muss ich mal kurz im hof gucken was macht ihr denn da ja ich hab zu weit abgelassen und wollte abhängen sorry da ist er da steht gleich da vorne ist fast ja 1 2 ja du bist auch gerade am Lkw fahren ich auch gib bei schweiz da hinten der düster so zwingl zig auf dem Feld Da stehen die Silagebollen. Ja, da ist sie in der Ecke. So, und jetzt kurzer Fußmarsch, um den Case zu holen. So, mal schauen, wie gut ich hier wegkomme mit dem MN, weil der Hänger ist jetzt von mir voll. Oder kommt gut weg vom Fleck. Bei mir auch, hier ist nur 80% drin, ich brauche auch gar abhalten. Was ich vielleicht noch machen könnte, damit er noch ein bisschen besser wegkommt, ist meine Lenklinik nochmal, ähm, nochmal Reifen draufpacken. Weil ich habe momentan vorne einen Reifen in der Mitte, zwei und dann wieder einen. Wie ist es denn jetzt meine Radio ausgegangen, ey? Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Ich war vorne. Ich weiß, der Siegmecker läuft auch. Wunderbar. Wunder Bärchen. Und zeigt, da haben wir hier nochmal eine Ladung Raps rein. Äh, ne. Gleich verkaufen oder erst noch warten? Äh, alle sind hier nur rein und dann großen Abverkauf machen. Würde ich sagen. Machen wir uns den Preis im Keller. Wenn der CB auch ein AQW hat, oder? Äh. Ja. Ja, vorher, wenn wir da bisher mal was verkaufen, dann haben wir nicht genügend Geld. Tja, Maria. Der Hänger hat für eine ganz schön hohe Effizien. Schmeißen. Ja, hab ich auch schon irgendwas. Das eine oder andere Mal. Huuu. Absichtlich getestet. Ich glaub, da muss ich doch nochmal die andere Schlüppel drauf tun, wenn der so arg lenkt. Also, ich hab mit meinem Trainerbeugreifung keine Probleme. Ich hab mit dem Nokia drauf. Ja. Wege der Lenkachse, wär's gewesen. Ist n, skill. Hi. Hi. Boah. Boah. Aber schaut schön aus, oder? Tee Vi, der MR. Ja. So, Pust. Was für ne Frage, am Ende immer schön. Garnier find' die aber auch schön. Ja. Garnier find' die auch schön. Garnier find' die aber auch schön. Ja, ich hab' leider keine so gute guten Mots net. Känge. Garnier find' die aber auch schön. ich muss vielleicht auch warten bis die geht die klappe zu wenn an der klappe hängen geblieben und gleich wollen im großen ziel oder in dem moment großen okay ich auch wollen kann schon vergessen wobei du schon abschieben ja schon aber das andere ein Problem ist ja bei dem Ding da sind die Dinger noch drin ach so die Anhänger, stimmt und ich glaube ich weiß gar nicht, ich würde schon wieder draußen reinkommen ohne Probleme, ich glaube es gar nicht, oder? ich glaube da wird es Probleme geben mit der Kurve nicht unbedingt in der Lenkachse ja, stimmt auch, oder? wenn ich gar nicht, das ist man auch ganz stark im Notfall hänge ich ab und hab gut gefrühstückt, sehr weit ja man ist jetzt voll blöd, ich dresch jetzt gerade rechts und da habe ich dieses Klaas GPS Bildschirm an der Scheibe bappen und ich sehe da nicht hin, wo mein Schnellberg zu Ende ist, aber gut ja, das hat der Nachteil von Klaas, das habe ich bei Johnny nicht aber ich kann es einschätzen oh Gott ich hab mich hier geleckt solange die Buschen alle umgedrückt werden, ist alles gut wow alle beiden, die wohl nicht im Lager sind auszulagern also zu verbrauchen die, wo, ja, die, wo nicht im Lager sind, bitte verbrauchen, aber zu Mischregionen und nicht einfach bloß so Klaasche einfach so, ja ich hätte die Idee was ich hätte einen Mod gefunden, wo man auch die Klaasche Ballen in Quaderballenform lagern kann Gott da war ich will ja, können wir doch mal, können wir da mal anschauen, ja ja, erstmal wenn wir müssen reingucken, wo wir, ähm, den Platz finden unsere U ist doch nicht, äh, flächentechnisch der größte wo man, wo es noch Freiflächen gibt also ich sehe prima die Enden von meinem Schnauberg wie viel Mischration, jo, wie viel Mischration brauchen die Kühe wie gut gibt er so viel ja, also, wenn es in den Anfang grünen Bereich geht, dann kannst du aufhören ja, der sieht gerade noch in orange ja, ja was wollt ihr denn mit dem Mist machen, überhaupt? ausdröhnen, oder in, ja, ach ja, stimmt, das wollten wir in Biogasanlage schmeißen stimmt, genau das ausbringen also wenn ich dann fertig bin mit Mischation, könnte ich ja mal schnell eine Ladung rüberfahren ja, kann schon mal machen ja, ich würde dann Fördermänner kaufen da reicht ja einfach bloß haben wir das von LSSM mit drauf? ne, das haben wir gleich vergessen hm, wir werden noch mal mit drauf nehmen dann das ist ja nichts Problem, haben wir nicht mit drauf, schade da können wir nämlich auch noch nichts das gibt's ja noch normalerweise, oder? ja weil, dann können wir uns nämlich bisschen was sparen ja das passt, die kann ich jetzt eigentlich aufhören, das heißt, ähm ich fahr nochmal hoch drehen wir aber ja ja, vorwärts sind wir noch ein Rübschen, oder? so, den Rest hier noch mitnehmen jetzt auch noch die letzten Teile die letzten Drehmützchen seh ich ihn da drüben? oder drüben ist er? oder drüben ist er? ja, ich bin hier oben ja, ich bin hier oben ich bin grad am Reststil da ich seh's ich fahr nur noch 8 kmh was ist da los? keine Ahnung muss ich einfach repariert werden? ne? schneidwerke oha! du siehst das ja eigentlich an der Anzeige wie viel Prozent? ja, aber ich hatte ja 34 Prozent, also dann warst du die 120, weil meins war glaub ich bei 90% ne, meins war die 425 ich tue dir das sicher, dass du schon mehr gedroschen hast, wie ich mit dem Schneidwerk, obwohl man es älter ist ähm na, jetzt ist das ich, jetzt ist es um einmal leidig geworden ne, aber du hast eins repariert, bei mir warst du immer bei 34% dann hast du nochmal repariert, dann war bei 1 auf 0 also er hat 1,320 gekostet in der Reparatur kann gut möglich sein, ja weil wir nämlich beim letzten Mal ernten das immer repariert haben Florian hat aufgepasst naja Mathe 1 das ist inzwischen um also Physik, alter so ein paar Grundwissen, multiplier pmmer schlовые sagte nur die logischen Sachen, naja darum inside ein Mal knowing uns insohnt Elektriker? was? das ist .... še physik lernen doch kann man gut gebrauchen teilweise jetzt nur aber hauptsächlich wird es in schalten aber man lernt es in der ausbildung der drüben trichter ich weiß nicht ob ich das schaffen irgendwie entladen wir noch mal in einer strecke da wollen wir jetzt mal kurz hin, aber geht nicht jetzt kommt auf ob wir den gleichen kurs haben oder nicht weil sowieso ausschaut eher nicht wir haben unterschiedliche kurse richtig jetzt du kannst auf der anderen seite weiterdrehen und ich auf neuer seite passt doch weil ich jetzt meine jetzt noch mal wenn ich da noch mal gucken aber da sehen wir dann erst in der nächsten folge denn wir dürfen uns fürs zuschauen auch schon mal wieder bedanken wir sind für heute auch fertig liebe leute wie immer wenn es euch gefallen hat gerne daumen nach oben da lassen kostenloses abo wäre natürlich so nett würde uns sehr freuen jetzt kommt noch mal der legendäre spuch der nie fehlen darf mein däumchen wäre ein träumchen und kostet euch auch keinen cent unten je nachdem ob ihr uns schon abonniert habt oder nicht ist ein roter button grau drücken danke so und dann wünschen wir allen einen wunderschönen rechtlichen samstag und morgen sehen wir uns dann zu zwei weitere folgen hier auf der gemeinde rade und bis denne haut rein und ciao ciao tschüss tschüss